Musik 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 Niemand versteht mich. Hallo! Was zur Hölle? Du denkst wohl. Du bist der einzige, der dich versteht, hm? Aber das stimmt nicht. Tada! Was? Oh, ich glaube, du musst... Ich mach... Wir müssen in den Unterricht. Also, hier haben wir gesehen, wenn wir über dich sprechen... Spinnst du? Ja, mit jemandem du? Ähm... Cédric. Demain, ihr macht diese Tradition als Punition. Das ist schon die 3. Mal, dass ihr mit deinem Freund gesprochen habt. Ah, toll! Vielen Dank für die Strafaufgabe! Gern geschenkt! Musik 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 Always look on the right side. Okay, okay, es reicht, okay? Gott, kein Wunder, dass mich niemand versteht. Ich verstehe mich ja nicht mal selber. Was machst du da? Ich filme dich. Lass das bitte, ja? Hör auf, Mann. Kannst du nicht bitte aufhören? Wieso sollte ich? Hey, wie geht's dir? Hör auf damit. Hi. Das ist voll unfreundlich. Cooler Kameradrick. Kameradrick? Welcher? Oh, die ist ja verrückt. Genau wie die. Was für eine Kameradrick? Hey, hier. Schönes Lächeln hast du. Ähm, wo ist... Ach, da ist er. Hallo. Hör auf damit, okay? Die wollen das nicht. Die wollen da... Du kannst einfach nicht damit aufhören, oder? Nö. Ja. Hey, wer ist das? Lauf einfach weiter, okay? Hey du, schönes Haar hast du. Das reicht mir. Moment, Moment. Ich höre ja schon auf. Du verstehst es einfach nicht, oder? Du gehst mir richtig auf die Nerven. Das kann ich einfach nicht gebrauchen. Weißt du, ich habe eigentlich nur versucht, dich aufzumuntern. Tut mir leid, dass ich dich genervt haben sollte. Ich bin du, und du bist ich, und wir brauchen einander. Wo können wir denn hin, wenn wir uns nicht verstehen würden? Okay. Hey, hier. Komm ich schon zu spät? Hey, hier. Vielen Dank.